hallo meine lieben sichtbarkeitsfreunde ich mache im moment gerade eine challenge und versuche jeden tag oder ich will jeden tag ein video hochladen und ich bin jetzt diesen sonntag auf einem seminar in köln wie man sieht sieht man den du? ne aber man sieht die rheinbrücke da und den rhein wunderschön genau und ich bin dieses wochenende in köln auf dem seminar von ralf schmitz und habe bis samstag videos vorgedreht und den sonntag habe ich leider nicht mehr geschafft und deswegen gibt es heute für dich ein 10 fakten über mich video one taker video und also erstens ich liebe tiere ich liebe hunden hunde liebe 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 ich und pferde ich reite seitdem ich fünf jahre alt bin fact 1 fact 2 ich habe 15 jahre lang als kontrollerin gearbeitet und fand das sehr sehr spannend mach mich jetzt aber trotzdem anfang 2018 komplett selbstständig und freue mich riesig drauf fact 3 ich bin 40 jahre alt und mir wird oft gesagt ich sehe viel jünger aus fun fact 5 ich habe jetzt erst in diesem jahr angefangen wirklich kleider zu tragen vorher hatte ich nur mein diplom ball kleid und mein abiball kleid relativ lang und jetzt seit kurzem trage ich es auch in meiner freizeit ich meine wir waren bei fact 6 gell ich liebe es zu reisen aber ich freue mich auch wieder wenn ich zu hause bin also ich bin auch wirklich gern daheim und ich finde es ganz toll dass ich dann ab anfang nächsten jahres komplett zu 100% daheim arbeiten kann das finde ich super fun fact 7 wir machen einfach jetzt in diesem video 6 weil mehr fallen mir ad hoc nicht ein und aber ich habe eine challenge geschafft sobald ich dieses video hochlade und ich bin am überlegen wenn ich es schaffe ob ich dann auch eine challenge mit meinen lesern und abonnenten mache dass ich denen das anbietet dass wir gemeinsam eine challenge machen und es wäre super wenn ihr mir in die kommentare schreiben würde was ihr davon haltet ich wünsche dir einen tollen tag genießt dein leben und wenn dir das video gefallen hat dann lass mir doch bitte ein abo da dankeschön tschüss ich wünsche dir einen tollen tag